hallo leute willkommen zu einer runde kursg auf dem sensuality oder wie man das ausspricht ich weiß es nicht aber jedenfalls habe ich ein kleines thema am start und zwar wäre das erste thema dass ich jetzt leider gechatbannt bin für 14 tage noch da ich leider ein bisschen sage ich mal so ein schimpfwort in den chat gestimmt habe und ich da auch durch auto chat gemütet wurde ich hoffe ich schaffe das mit chatban irgendwie zu überleben weil mit chatban ist das schon ein bisschen schlimm also finde ich meine meinung und den da könnte ich eigentlich holen der hat stuff für mich und der hat auch nicht das beste equip nice den haben wir und der andere ist runtergefallen den können wir in stuff holen nice duty also leute wenn ihr mich antreibt irgendwie ingame dann wundert euch nicht warum ich nicht antworte ich bin chat gebannt das zweite thema wäre dass es jetzt noch eine neue map gibt ich weiß ich habe schon mal ein video dazu gemacht aber es ist alles noch eine neue map draußen und sensuality oder wie man das jedenfalls ausspricht und da können wir abstauben nein ist dann richtig nice abgestaubt so die runde war jetzt nicht so intensiv ich hänge dann gleich noch eine zweite runde dran auf einer anderen map weil die map persönlich finde ich die nicht so cool zwar gibt es da viel freie fläche aber naja so den können wir halten wir haben eisenschwert es gibt auch irgendwie neues ncp die jetzt sind ganz anders geworden und ich habe gerade mein eisenschwert getroppt ich persönlich finde ich jetzt ist nicht so und das geilste aber so das ncp vom system her ist sicher nicht so schlecht und den haben wir nice so dann sind wir im deathmatch gegen derox mc ich weiß nicht was er probieren will mit einer holzachs okay hat ein steinschwert ich dachte schon er will jetzt mit einer holzachs fighten aber will er natürlich doch nicht so dann haben wir die runde gewonnen leute dann würde ich sagen wir sehen uns jetzt gleich in der nächsten runde so sind wir auf der zweiten map auf dem map nuketown so ich habe eigentlich so gut wie alles angesprochen also spiele ich einfach die runde noch ein bisschen weil die nächste runde nicht so intens war und den können wir abglauben meins wo es leckt gerade ein bisschen nice haben wir nice kurskiddy kommen wir auch noch oder haben wir noch ich gebe jetzt mal lieber ich spiele auch übrigens gerade mit fw 70 falls es wen interessiert und es fragen immer ziemlich viele mit welcher fw spiele die runde ist schon fast vorbei und da vorne sind die zwei leute die fighten gerade vielleicht kann ich den jetzt noch abschauben irgendwie so und da habe ich die runde gewonnen das war eine richtig schnelle runde leute dann würde ich einfach sagen das war's mit der folge oder runde kurski und dann würde ich sagen leute tschau bis zum nächsten mal